Hallo, mein Name ist Henry Design. Ich bin bei EVO seit 2008, glaube ich. Ich habe schon vieles mitgemacht von diversen Positionen im Staff. Ansonsten bin ich meistens als Lot lang anzutreffen oder fliege momentan nach 20 Jahren gefühlt mal eine Worldtour. Genau, ansonsten immer wieder viel online, habe Spaß mit den Leuten, treffe mich gerne bei solchen Events wie jetzt, wo wir gerade sind. Gerne. Im Staff von EVO Germany bin ich für die Betreuung der Division zuständig als Division Headquarter. Das heißt, alle Departments sozusagen unter einen Hut zu bringen und die Division voranzubringen mit den Departments zusammen, das Ganze zu leiten, zu führen und gute Stimmung ins Team zu bringen und genauso diese dann transparent auch an die User weiterzugeben. Motivation ist einfach, um die Leute kennenzulernen, Spaß zu haben und mal die Leute, die man den ganzen Tag nur auf dem Funk gehört, auch mal in realer Person zu erleben und einfach auch die Gemeinschaft zusammen zu lotsen, dass man jemanden mit dem Nebeneinem einfach mal kurz, ja, kurz koordinieren kann, anstatt immer per Text oder per Teamspeaker-Klasse zu tun. Aufstehen, frühstücken, essen, lotsen, quatschen, essen, lotsen, quatschen, essen und irgendwann nach Hause fahren. Mit einem Fleisch- und einem Feierabendgetränk. Auslösung. Eifer. Kloten. 23. Künftigen. Brische. Frankfurt. Fliegen. Pizza. Natürlich mit Butter. Das kann ich jetzt so spontan nicht beantworten. Keine Ahnung, aber es ist keine Sache.